Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück bei Brave Frontier, wo wir heute wieder, direkt nach gestern, nochmal eine Doppelfolge haben werden. Also es gibt für Brave Frontier Global und für Brave Frontier EU heute beides Folgen. Wer also gerne EU guckt, abzett rüber dahin, aber bis dahin, hier gerne noch zugucken, es lohnt sich, die Folge heute wird lang. Und wir beginnen direkt erstmal mit den richtig guten News. Den richtig, richtig guten News. Ich wurde für die Raid Beta ausgewählt, ich weiß, dass einige von euch das auch wurden, ich hab heute schon reichlich Kommentare bekommen. Insgesamt haben wohl diesmal bei uns im Bereich viel mehr Leute Glück gehabt. Vielleicht wollen sie einfach mal testen, ob aus Europa auch ein paar Leute reinkommen, ob das alles funktioniert. Glückwunsch an alle, die reingekommen sind. Ich werde wahrscheinlich ab morgen oder übermorgen die ersten Videos dazu bringen. Heute machen wir etwas, was noch viel besser ist. Ich werde noch vorher die Gems einsammeln, weil nom 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 Gems. Precious little, precious little, precious little, precious little gems. Haha. Denn sie haben heute Morgen direkt noch was rausgebracht. Ich hab's gestern im Video schon erwähnt, glaub ich, also nicht erwähnt, sondern drunter geschrieben. Sie haben Trial X 2 rausgebracht. Ich hab meine Teams schon vorbereitet, die sehen soweit alle ganz gut aus. Also ich muss mir mal kurz nach Sphären gucken. Team 3 ist einfach nur Reste, die da noch drin sitzen. Die werde ich, äh, nicht wirklich verwenden. Aber ich hab mir zwei Teams überlegt, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Zum einen hier oben das klassische Rosetta-Team mit Babyspam bis zum Umfallen und darüber Schaden machen. Und als zweites ein Team mit der guten, äh, Luca. Und wir schauen mal, für Team 1 möchte ich eigentlich jemanden haben, der da... Ich hätte ja eigentlich gerne Kazumi, falls der gerade irgendwo da ist. Leider sind die Dinger hier nicht nach Favoriten gelistet. Was so ein bisschen nervig ist. Weil jetzt kann er überall sein. Oh, dass ich ihn sehe. Und ich weiß mir noch nicht so, ob er gerade... Er hat nämlich gerade einen Mexel oben, dann fällt er weg. Ähm, wir hatten irgendwo jemanden... Steeple Rose, Leomorg, Steeple Rose, Leomorg ist, glaube ich, ganz schön gut. Das nehmen wir. Als zweites wollte ich einen Triton haben. Ich weiß, dass hier irgendwo zwei rumgeistern. Legwand und Asalon Perle. Asalon Perle ist nicht so cool. Leomorg und Evil Shard. Wir nehmen Leomorg und Evil Shard. Das ist eine sichere Sache. Und als nächstes nehmen wir noch... Ja, weil wir meinen Free-Play-Account mit haben, weil ich es kann. Items auf jeden Fall anpassen. Wir werden hier noch Crescent Deuce mitnehmen. Ansonsten habe ich sowieso das meiste Zeug immer dabei. Und bin damit auch zufrieden. Kurz ganz sicher nachgucken. Wir haben auf Diedra was drauf. Ja, das ist unheimlich wichtig. Und wir legen los. Ich habe mich ein bisschen vorher informiert, dass was man über den Tag gewährt und ich halt so gespannt darauf gewartet habe, was ich zu Hause bin und machen kann, mitbekommt. Dementsprechend bin ich selbst ganz schön aufgeregt, wie das Ganze wird. Habe von einigen Seiten gehört, dass es sehr, sehr einfach sein soll. Beschwörer, wir, die Battlemaidens, fordern dich... äh, deine Fähigkeiten heraus. Äh, zeig uns, was Grand Gaia anzubieten hat. Mal sehen, meine Kleinen. Wir haben hier als erstes Liko, Sajene und Fenja. Nachdem, was ich gehört habe, ist Liko der anstrengende Teil. Und wir werden zur Sicherheit hier oben schon mal ein bisschen anfangen mit BB-Produktion. Und ich habe gehört, man sollte Runden zählen, weil auf jeden Fall in... Oh shit, ich habe mich verklickt. Das ist schon mal nicht gut. Das ist schon mal gar nicht gut. Hoffen wir, dass wir trotzdem noch zusammenbekommen. Im Zweifelsfall werden... Oh doch, ja, wir haben Rignis Einsatz bereit, das zum Heilen. Das reicht, wir haben hier... Das größte Problem hier sind Statuseffekte, soweit ich weiß. Also von daher, ähm, werden wir da auf jeden Fall aufpassen müssen. Ansonsten, äh, wie gesagt, wir sind jetzt in Runde 2. 6 und 12 sollen auf jeden Fall exzent werden. Vielleicht auch 3 und 9. Und wir versuchen hier so viel wie möglich auf Massig Schatten zu gehen. Wir haben 3 Gegner. Von daher ist BB wieder vollbekommen mit Duel Rosetta eigentlich einfach genug. Und der einzige Knackpunkt ist, ob wir Lines jedes Mal vollbekommen oder nicht. Und dafür habe ich Selnite mit drin. Wobei, doch Selnite hat Lexidia, passt. Ich war gerade einen Moment überlegen, ob ich dem vielleicht noch irgendwelche Arenasphären drauf gelassen habe, die nicht gut sind. Aber er hat Lexidia. Lexidia ist super. Das ist jetzt deren zweite Runde. Ich habe gehört, bei 50% ungefähr sollen sie einen Effekt haben. Und ja, sie können auf jeden Fall, das weiß ich, Statuseffekte wegnehmen. Was natürlich ziemlich nervig ist. Machen hier auch gut was an Effekten. Wir hätten dich nicht als erstes einsetzen sollen. Das war doof. Uh, shit. Wir kriegen ihn damit nicht voll verkalkuliert. Ich hatte darauf kalkuliert, dass wir Lines damit vollbekommen. Zwar heißt ja jetzt offiziell doch Regniss, was ich totalen Blödsinn finde. Sie hätten ihn einfach weiter Lines nennen sollen. Das wäre ein japanischer Original. Wir machen gerade teilweise herzlich wenig Schaden. Was ist da denn los? Oh ja, die haben da einen Mitigation-Effekt oben. Oder sind das? Ja. Jetzt kommt Runde 3. Das könnte jetzt schon bitter nach hinten losgehen. Wobei wir sind voll unter Mitigation. Es sollte also echt gehen. Ja, da nehmen sie BB weg. Und es hängt es auch gerade auf dem Handy. Genau, ganz schön rein. Rosetta kriegt da oben gut was ab. Interessant. Das war also Runde 3 auf jeden Fall. Und in Runde 6 wird das wohl wiederkommen. Gut, dass wir das wissen. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ja, wiederbeleben müssen wir trotzdem noch. Wenn sich jetzt aber meine Cure doch drauf einsetzen. Und jetzt ganz wichtig, das Richtige einsetzen. Die haben immer noch Mitigation, was ein bisschen doof ist. Denn das heißt, wir werden wieder nur begrenzt viel Schaden machen. In Runde Nummer 4. Richtig ist, dass wir schäu... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich war zu voreilig. Ich lege hier schon wieder einen Traumstart hin. Das ist unglaublich, ey. Meine Herren, aber auch. Wenn es so weitergeht, können wir direkt zu Team 2 wechseln. Wenn ich mich weiter so anstelle. Jetzt ist... Mail Mitigation ist immer noch auf ihn da. Interessant. Das ist, ja, auf jeden Fall bedenklich, dass diese Mitigation können. Und dass sie Shira rausnehmen, jetzt auf jeden Fall auch. Aber sie lebt noch gut. Wir setzen sich jetzt aber noch einen Cure ein. Und diesmal sollte Selnit es schaffen, sie voll zu bekommen. Liko hat momentan nichts. Wir sind in Runde... Doch, hat sie auch. Oh Gott, warum haben die immer die ganze Zeit Mitigation? Das ist ja mal echt nervig. Wir sind in Runde 5. Das heißt, nächste Runde wird es wieder schmerzhaft. Und das heißt, wir werden versuchen, möglichst viele zu guarden. Wenn wir es können. Für Sofa Stone sehr gut. Ich wüsste so auch nichts, was man sinnvolles gegen eine Mitigation von denen machen kann. Ich meine, was soll ich da tun? Mich hinstellen und irgendwie... Oh, das ist gemein. Jetzt ist die Mitigation vorbei. Jetzt, wo wir wahrscheinlich voll auf die Schnauze bekommen werden. Aber wir riskieren das jetzt einfach mal. No risk, no fun. Wir haben noch ein zweites Team. Und bauen einfach mal darauf, dass wir mit BB-Drops genug Heilung zusammenbekommen. Und wenn wir voll sind, dann einfach mal darauf hoffen, dass wir das überleben mit Mitigation. Ich hätte... Ich hätte echt Scheiden in das Team mit reintun können, nicht voll honk. Da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, dass es eigentlich voll sinnvoll wäre, den hier mitzunehmen. Ich habe meinen nämlich im zweiten Team ja nicht drin. Weil ich da einen Freund Triton mitnehme. Ich hätte den einfach hier reintun können. Ich voll da... Oh man. Ihr merkt schon, ich habe direkt nachdem ich nach Hause gekommen bin, mich daran gemacht, das hier anzufangen. Und habe einfach nichts vorbereitet. Und nicht super gut durchgeplant. Not bad. Let's see how you like this. Jetzt kommt wahrscheinlich ein besonderer starker Angriff, würde ich erwarten. Ja. Da killen sie eine Einheit instant. Da nehmen sie noch einen Haufen anderer Sachen weg. Da killen sie noch eine Einheit. Ich glaube, ich werde dieses Squad, falls irgendwer überlebt, dann auch einfach sterben lassen. Nehmen wir das zweite. Dafür haben wir es ja. Vielleicht tue ich noch nicht genug weh. Hätten wir gegardet, hätten wir das wahrscheinlich überstanden. Oder hätte ich daran gedacht, Triton das Team mit reinzunehmen. Das wäre halt auch einfach mal intelligenter gewesen. Oh, naja. Was soll's. Dafür haben wir Team 2 ja noch. Genau dafür. Da werden wir jetzt auch mit dir und mit Triton anfangen. Fenya wäre bald schon da. Und wir gehen auf Liko weiterhin. Die macht den meisten Schaden. Und ich möchte jetzt gerne Mitigation und so schon haben. Ansonsten setzen wir auf Luca als Heiler-Funktion. Die ist zwar Risiko, aber interessant. Und ja, nachdem sie ihre super starke Runde hatten, haben sie jetzt 3 Runden lang wieder angegriffen. Das heißt, eigentlich nur in der Runde, in der sie voll zuhauen, kann man auch selber viel Schaden machen. So, ein bisschen Schild haben wir noch. Das heißt, wir setzen einfach dicht zum Mitigaten und greifen dann einmal voll an. Damit machen wir zwar jetzt, wie gesagt, keinen Schaden, weil wir jetzt wieder in der 2er-Runde so gesehen sind. Aber stellen uns hin und gehen dir auf jeden Fall auf die Nerven und füllen unsere Kristalle auf und haben dann oben SBBs fertig. Das ist wichtig. Ich hoffe, dass sie... Ah, sie nehmen uns Luca natürlich weg. Shit, nicht gut. Luca nimmt von ihm viel zu viel Schaden. Da kommt noch ein Angriff. Damit ist Luca dann auch wohl tot. Interessant, interessant. Damit ist Luca wieder da. Ich will jetzt mal eben was nachgucken. Weil ich natürlich nicht mit bedacht habe, dass mir hier deutlich Fujins fehlen. Deswegen muss ich mal schauen, was ihr Baby genau schon mal macht. Ob mir das an der Stelle weiterhilft. Ah, das ist wahrscheinlich nur die Heilung. Das wird... Eigentlich muss ich mit ihr den SBB haben, aber wir müssen uns auch hinstellen, dass irgendwas vollbekommen. Sonst darf ich gleich abbrechen und nochmal von vorne anfangen. So. Wir haben Semira da mit drin, weil ich ja einfach mal ausprobieren wollte. Welcher Status fragt die gegen die gehen. Und auf jeden Fall geht da oben Death Ignore. Oder Death... Nicht Death Ignore, Weaken ist es ja nur. Und wir haben mit... Wir haben keine Mitigation. Wir bauen einfach darauf, dass wir jetzt genug wiedererzeugen. Wir haben noch dieses Heilungsding auch auf Elsa. Aber wir werden diese Runde wieder Probleme bekommen. Aber ich sehe da oben gerade auch irgendwo eine Paralyse. Womöglich. Crit Chance auf Liko. Aha. Ne, jetzt glaube ich Paralyse Resistenz. Ich weiß nicht genau. Wir werden auf jeden Fall... Hier auf jeden Fall so gut es geht dran arbeiten. Ich war zeitweise im Belegen, ob wir garten. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Einfach mal verteidigen. Wir sollten... Entweder haben wir genug Lebenspunkte oder wir haben nicht genug Lebenspunkte. Mit dem Risiko gehen wir das jetzt einfach mal ran. Und ich hoffe einfach mal, wir droppen jetzt noch gut was. Just Fury. Ja, weil sie jetzt auch bei 50% ist. Das haben wir so gesehen auseinandergezogen. Und wir haben Luca prinzipiell auf SBB. Wenn sie das nicht wegnehmen, dann haben wir nächste Runde gute Chancen. Ah, das sieht doch gut aus. Wir haben eine Mitigation und wir haben jetzt endlich Lucas SBB. Darauf warte ich schon die ganze Zeit, dass wir den endlich einsetzen können. Weil der sorgt auf einmal dafür, dass wir, wenn wir angegriffen werden, wir BB dazu bekommen. Und damit haben wir es recht locker. Jetzt sind wir wieder in einem Einser-Zug. Letzte Runde wäre ein Sechser-Zug. Wir sind glaube ich. Wenn nicht, habe ich jetzt eh ein Problem. Aber naja, sie nehmen jetzt Sachen weg. Interessant. Und Luca kriegt es wieder voll ab. Das sind die Treffer von Liko. Die tun einfach weh. Und irgendwie kriegen wir dafür, dass wir angegriffen werden, jetzt nicht wirklich Brave Burst aufgefüllt. Was soll denn der Blödsinn? Hallo? Ich habe doch hier ein SBB eingesetzt. Hä? Was ist das? Ach klar. Sie haben uns... Ja, hätte ich auch dran denken können. Sie haben uns natürlich den Buff wieder weggenommen. Dann haben wir den natürlich nicht mehr. Das ist ein konzeptionelles Problem in dem, wie ich hier das Ganze angehe. Sie ist damit schon mal tot. Okay. Wie gesagt, eigentlich ist sie als erstes tot zu haben, weil Liko, weil die ist diejenige, die richtig nervig ist. Das ist glaube ich auch insgesamt von allen Einheiten, die man hier quasi in dem Trial hat, diejenige, die wirklich die meisten Probleme macht. Auf jeden Fall Schild wieder einsetzen und mit dir Sicherheitshalber verteidigen. Denn es ist schon ein bisschen aufwächtig, dass sie bisher immer auf Liko gegangen ist. Aber sie scheint jetzt tot zu sein. Das ist super. Jetzt müssen wir uns nur noch mit Zayena rumschlagen. Die dürfte deutlich einfacher sein alleine. Gesagt und sie haut einen vollen Angriff raus. Ja, ohne BB haben wir eh keine Möglichkeiten. Und jetzt stehen wir hier tatsächlich ziemlich schlecht da. Deswegen setze ich jetzt auch mal die Cures ein. Das kann tatsächlich darauf hinauflaufen, dass ich das gleich deswegen nochmal machen muss, weil ich hier... Also ich muss sagen, ich bin hier gerade echt ein bisschen unvorbereitet reingegangen, so gesehen, und hätte das deutlich besser machen können. Deswegen kriegen wir gerade deutlich mehr auf die Wütze, als ich mir hätte erlauben sollen. Und siehst du, die Statuseffekte wegmacht, das ist ja aber frech. Hat oben selbst gerade Immunitäten gegeben. Aber sie macht jetzt nicht so massig Schaden in solchen Runden. Deswegen versuchen wir jetzt einfach mal wieder auf ein paar Sachen und ein Schild zu kommen. Theoretisch gesehen hätte ich sie mir auch aufbewahren können, dass ich die Mitigation von Davanschei behalte, bis wir den Schild wieder aufgebraucht haben. Oder umgekehrt, den Schild erst machen, wenn die Mitigation vorbei ist. Und doch, sie hat Mitigation sich selbst gegeben. Nerv, nerv, nerv. Und wichtig ist, wir kommen langsam zu ihrem Ende, dass ich es jetzt auch getimt bekomme, und dass wir irgendwie ansatzweise SBB haben, wenn wir die nächste Stage gehen. Ja, das... Jetzt kam wieder ihr super Angriff, der dafür sorgt, dass wir nichts mehr haben. Jetzt kann ich so gesehen zwei Runden warten, und dann sollte ich alles einsetzen, was ich habe. Das habe ich auch mehrfach in diesem Kampf jetzt schlecht getimt, dass ich mir meine BBs da nicht besser eingeteilt habe. Und halt echt verpeilt habe, dass dieses Team hier so nicht in der Lage ist, BB zu spammen, weil ich da einfach für vorher einen vollen SBB brauche, damit ich das einmal zünden kann. Wenn ich einmal Luca aktiv habe und alle quasi voll habe wieder, dann kann man dort halt irgendwie arbeiten. Aber so aus dem Stand haben die halt ein bisschen wenig. Ich hoffe aber, dass wir jetzt Luca irgendwie dazu bekommen, auf SBB zu kommen, auch wenn sie das dann wahrscheinlich gleich wieder wegnehmen wird. Aber dann wird wir zumindest mit allen anderen einmal auf SBB, auch so weit wie möglich, kommen, dass wir dann die jetzt... Doch, diese Runde müsste passen. Und wir haben Luca voll. Das tut zwar weh, nimmt aber noch keinen SBB weg. Da hat es Dinge weggenommen, okay. Das ist tatsächlich vom Timing her sehr, sehr gut, denn das heißt, wir haben Lucas SBB noch und können ihn dementsprechend jetzt endlich mal einsetzen, damit alle hier ihre Buffs bekommen. Außerdem haben wir Trident und Ultor soweit und der Rest wird einfach normale BBs einsetzen und wir hoffen, dass wir damit genug machen. Wobei Eve setzt sich, glaube ich, normal ein, einfach weil sie damit mehr Treffer hat, deutlich, also mehr Dropchecks deutlich, als mit ihrem BB und damit dann hoffentlich gut was beisteuert an Kristallproduktion diese Runde. Außerdem haben wir dann nächste Runde in SBB, was halt auch gut ist. Und wir haben echt Probleme damit hier alle voll zu bekommen, immer noch. Oh, interessant, interessant. Da kam das BB-Down-Ding, ja. Aber auf Luca, glaube ich. Weil sie hat diese Runde nicht die Effekte weggenommen, was okay ist. So, ich hoffe einfach, dass wir in der nächsten Stage ankommen und wir da mehr Gegner haben, dass es dann einfacher wird. Denn reagierst du jetzt auch bitte, Elsa? Danke. Soweit ich das weiß, ist die zweite Stage deutlich einfacher. Jetzt reagiert mein Handy gar nicht mehr, also super. Ich merke schon, also das Trial überfordert es heute irgendwie ein bisschen. Und dann haut Triton noch zu. Super, hätte ich vielleicht ein bisschen früher einsetzen sollen, damit wir da was von haben. Wobei, mit irgendwas hat er sogar noch gesparkt. Ich glaube, dann ist wahrscheinlich gerade Luca noch im Angreifen gewesen. Wir haben wieder ein paar. Und jetzt denke ich nämlich, kommen wir auf die nächste Stage. Haben Lucas SBB immer noch an. Und werden direkt angegriffen und dürften dafür voll bekommen. Nein, wir werden nicht direkt angegriffen, sondern wir greifen direkt an. Okay. Das heißt auch, wir können hier ein SBB wieder einsetzen. Wir können Schild einsetzen und mitigaten. und dabei halt auch auf möglichst viele Ziele gehen. Natürlich, Darwin Shell geht nicht wirklich auf Ziele, aber der Rest. Was das Team hier angeht, wie gesagt, das hier, soweit ich weiß, recht einfach. Nach allem, was ich gehört habe, ist, viele haben gesagt, so, zweiter Teil habe ich einfach auf Auto-Battle gedrückt, fertig ist. Weil, ja, wieder drei Leute. Hat eine deutlich bessere SBB-Produktion. Wie man sieht, wir haben drei Leute direkt voll bekommen und der Rest wird jetzt angegriffen und kriegt dadurch noch gut was dazu. Und dann haben wir nächste Runde vor allem viele Angriffe. Ich hoffe, dass sie uns irgendwie Elsa noch voll machen. Das wäre super. Aber das sieht nicht so aus. Wir wollen ein bisschen verteilen eigentlich, dass wir... dass wir unsere Angriffe so hinbekommen, dass wirklich die Gegner möglichst lange als Team leben, weil wenn hinter einem einer am Ende überbleibt, wird es wieder nervig. Wenn es mehrere sind, die man halt einfach in die Länge zieht und dann alle da hat zum BB generieren, ist das wesentlich angenehmer. Und ja, ich erinnere mich mit alle gewaltig, dass ich in meinem ersten Team nicht Scheiden mit drin hatte, weil dann hätte ich das einfach durch SBB spammen können und wir hätten da locker gewonnen. Vor allem hätte ich mit Trident gegen Sayen, der hat auch deutlich mehr Schaden in der allerersten Runde gemacht und so was. In den frühen Runden, das wäre in Ordnung gewesen. Ich glaube, ich probiere das irgendwann nochmal als extra Video, wo ich dann einfach ein reines Rosetta-Team lebe. Also, was heißt das? Mein Rosetta-Squad und schauen, was passiert. So, wir sind geheilt, wir haben gut Schaden gemacht. Also, bevor ich Angst haben muss, wir kriegen tatsächlich alle voll krass, dass sie da noch auf Trident gehen, ist sehr gut für uns. Oh, mein Hals röst plötzlich schon wieder, also wirklich. So, können wir nämlich jetzt einfach Auto-Battle nehmen, weil wir haben ja außer Trident in der SBB alle schon letzte Runde eingesetzt gehabt und aktiv gehabt und der gibt, glaube ich, keinen irgendwie wichtig aggressiven Buff, er gibt, glaube ich, einen Devic noch, was aber jetzt, oder sowas, kann das sein? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich glaube, dass er etwas hatte, was ich jetzt nicht so interessant fand. Wir schauen mal eben. Und das sind ja, natürlich nach dem Auto-Battle-Runde nehme ich das wieder raus. Man könnte sich auch hinstellen und das einfach an dieser Stelle durchlaufen lassen. Das würde wahrscheinlich funktionieren. Aber mag ich persönlich einfach nicht. Ah, er gibt 15% BC-Drop-Rate. Ach, das ist ja tatsächlich sogar ziemlich gut. Interessant, interessant. Ich würde mal ein bisschen früher darauf achten können, dann hätte ich da schon wesentlich mehr rausgezogen aus dem Kampf. Und ja, sie kommen momentan nicht mal unter den Schild. Doch, da oben bei Luca. Wow, aber Luca hat auch von allen die meisten Lebenspunkte, von daher bin ich da jetzt nicht wirklich besorgt. Und aus. Wir können wieder eine Runde machen. Das war jetzt glaube ich die Runde 3, die wir hier machen. Ähm, glaube ich. Ja doch, durfte hinkommen. Machen jetzt auch nicht massig, scheinbar. Also die haben wieder Mitigation hoch, aber, aber ich sollte gleich mal gucken, wer wann fertig ist. Aber wer wie weit ist. Wobei wir den Schaden ja momentan eh, äh, als AOE angefahren sind. So machen wir da keinen Unterschied, aber dass ich so grob Bescheid weiß, wer als Erste sterben wird. Aquaprotectors, aha. Sie machen da jetzt in der Runde 3 jetzt sogar ein bisschen mehr Schaden, aber nichts, wo ich jetzt ansatzweise beängstigt wäre. Ich hätte schon fast gesagt, beeindruckt wäre. Ein bisschen beeindruckt bin ich, das gebe ich zu, aber könnte deutlich schlimmer sein. Wer kriegt der meisten? Du kriegst den meisten. Interessant. Ja gut, wir haben auch drei Dark-Einheiten, da macht das Sinn. Und da ist das nicht so überraschend. Und wieder weg und schauen, wie lange wir brauchen. Ich hätte ja gehofft, dass jetzt irgendwann ihre Mitigation nochmal weggeht, dass wir da irgendwo auch mal wirklich ein bisschen Schaden machen können. Weil... Also das ist tatsächlich der einzig nervige Teil daran, dass sie halt diese ewige Mitigation haben, mit der man einfach ewig lange für sie braucht. Wenn man auch darauf hoffen muss, dass sie zwischendurch irgendwann mal damit aufhören. Ansonsten schadenstechnisch bin ich jetzt nicht so wirklich beeindruckt davon. Zweiten Stage, wie gesagt, hatte ja mich vorhin verbunden, die erste ist die deutlich härtere. Und sagen wir so, wenn ich mich vernünftig darauf vorbereitet hätte und ein bisschen mehr aufgepasst hätte bei dem, was ich mache, werden wir da wahrscheinlich auch deutlich schneller, deutlich besser durchgekommen. Team 1 ist nämlich das, was deutlich mehr Schaden macht durch den extra Spark-Damage von Doppel-Rosetta. Damit hätte ich da sehr schnell durcharbeiten können, wenn wir da... Hätte ich rausgelassen? Rauslassen ist eine schwierige Frage in dem Setup. Ich befürchte, ich hätte es wahrscheinlich riskiert, Zelda draus zu lassen und dafür dann Schaden reinnehmen. Weil er dann auch nochmal einen BC-Drop gibt. Man könnte... Lario will ich für seine 40 Treffer nicht opfern. Doppel-Rosetta brauchen wir. Also die bleibt sonst nur noch Lines und den nehmen wir da sicherlich nicht weg. Den brauche ich da. Der ist wichtig für alles. Aber so gesehen... Oh, das hätte mir da mit dem anderen Team natürlich auch passieren können, dass sie meine Baby-Leiste wegnehmen, aber ich glaube, ich hätte mehr insgesamt übrig gehabt. Oh, man hat da oben gerade gesehen, auf Luca ist tatsächlich ein Target drauf. Oder so etwas. Oder ist das... Das ist der Thorn, so gesehen. Den haben... Den hat sie selber nicht. Also gehe ich davon aus, dass die Gegner den quasi auf sie gesetzt haben und dann alle Angriffe zuerst auf sie gehen. Das würde erklären, weswegen halt Einzelangriffe immer auf sie einregnen. Und zwar bisher immer. Das war wieder mit Mitigation. Wir haben trotzdem schon mal gut Schaden gemacht. A trial this may be, but there will be no retreat and no surrender. Also es mag sein Test sein, aber es wird kein Rückzug geben und auch keine Aufgabe. Und jetzt haut sie wahrscheinlich ihren Starken Angriff aus. Oh ja, oh ja, oh ja. Da kommt tatsächlich mehr Schaden durch. Das hatten wir heute aber auch noch nicht oft. Bei denen hier zumindest. Und ich bin echt überrascht mit diesem Taunting auf Luca. Ich bin fast ein bisschen am befürchten, dass sie das, äh, äh, dass das irgendwo ein Fehler sein könnte oder so. Das war ja mich überrascht, dass es die ganze Zeit ein Taunt auf Luca drauf ist. Ich fand ja, dass er immer wieder auf sie drauf gemacht hat. Hat eigentlich wenig Sinn. Ich hätte ja erwartet, dass sie dann irgendwo einen haben, der den zufällig verteilt, weil das sonst einfach ein lachhafter Skill ist. Leider gibt's bei Touch und Swipe aber auch, äh, noch keine richtigen Daten dazu. Vielleicht findet man in der Wiki was, aber die ist meist nicht so aktuell, was solche Sachen angeht. Ja, I'll tear your eyeballs out. Süßes kleines Kätzchen. Ach auch. Tut auch nochmal gut, die. Hm, also in der Wiki steht nichts davon. Und ich kann's mir echt auch nicht vorstellen, weil es müsste halt ein richtiger Bug sein. Aber ich find's halt echt überraschend, dass es immer Luca trifft. Und ich merke gerade, die haben uns alle Effekte weggeführt. Deswegen hätte ich eigentlich mal sinnvollerweise die in der Reihenfolge einsetzen sollen, die mir auch was bringt. Aber naja, wir werden's schon überleben. Dann haben wir noch den Death-Buff von Eve mit drin. Deswegen nehm ich Eve für sowas so gerne mit, weil die halt sicherstellt, dass wir da genug Verteidigung haben. Und mit Eve Trident und da hat man schon im Angriff, hat man, also wenn sie da dann noch durchkommen und einen töten, dann gibt's auch einfach nichts, was er da verretten kann. Und so wird es ja wahrscheinlich bei Trial 5 sein, dass es gewisse Stages gibt, die er wirklich nur Magris retten kann, weil er sagt, Schaden gleich eins, sonst hätte man keine Chance, dann wo durchzukommen. Ich will jetzt gerade mal schauen, ob man über Luca schon wieder so einen Effekt sieht. Weil theoretisch gesehen dürfte der jetzt ja nicht wiederkommen. oder hat eine Chance woanders aufzutauchen, wenn er über alle gleich verteilt wird. Aber bisher sehe ich da noch nichts. Saren ist fast, Vanilla ist eigentlich schon viel zu weit. Es kann uns halt im schlimmsten Fall passieren, dass wir am Ende gegen einen alleine kämpfen müssen und dann doof gucken, wo uns der Baby ausgeht. Zunut habe ich noch ein Revive und eine Heilung, wir werden da schon irgendwie durchkommen. Und ja, es zieht sich in die Länge, weil sie Retigation haben, finde ich, ähm, nimmt dem Ganzen ehrlich gesagt so ein bisschen den Spaß, dass man einfach nach keinem, also ich sehe zumindest kein Muster, weil das sinnvoll aufhört. Wir greifen jetzt ja jede Runde an, aber Harmonischen ist die Munition wird knapp, aber scheinbar kann ich mich gegen so einen Gegner nicht zurückhalten, würde ich das interpretieren. Also irgendwie hauen sie ja, oh, Saren halt auch noch interessant, hauen sie, sie hauen ja jede Runde Mitigation auf sich drauf. Es gibt nichts, was man kann. Ich kenne keinen, keine Einheit, die sagen könnte, wir nehmen den Gegnern ihren Buffs weg, dementsprechend gibt es da nichts, wo man sagen könnte, so wie die uns unsere Mitigation Buffs wegnehmen können in ihren Superangriffsrunden, können wir das auch. Ja, die Chance gibt es nicht. Oh, was natürlich zu meiner Aussage von wegen, wenn unsere ganzen Buffs nicht reichen, können wir eh nichts machen. Stimmt, fällt mir gerade mal auf, gar nicht so in dem Sinne, denn der meiste Schaden kommt ja dadurch, dass sie uns unsere Buffs wegnehmen und da kann ich so gesehen nichts gegen tun, aber ich könnte prinzipiell Einheiten wie Ardain oder Fiora einsetzen, die eine Chance haben, die gegnerische Attack zu reduzieren. Damit dürfte ich gegen die meisten deren Angriffe tatsächlich auch eine Mitigation mit haben, weil damit buffe ich ja nicht mich selbst und diesen Buff, sondern die buffe den Gegner und das können sie halt nicht wegnehmen, denke ich zumindest mal, dass sie da keine Statuseffekte heilen können, so gesehen, sondern sie würden halt quasi nur meine Vorteile, die ich mir hole, weghauen, aber wenn ich dann eine Fiora da habe, würde die durchaus da einfach sagen, ja, wenn es triggert, das ist natürlich immer diese Frage mit dem Trigger, aber wenn es triggert, wären wir halt sicher. Ich weiß sonst als Alternative, also das wäre halt Möglichkeit eins, die man machen kann, um zu sagen, so hier, wir halten mehr aus, läuft, Alternative 2, die ich gehört habe, aber nicht selbst testen konnte, bisher, weil ich zu faul dazu war, so gesehen. Ihr seht mich ja beim ersten Anlauf, wir machen die Zone tatsächlich Schaden, haben die etwa die Zone keine Mitigation? oder haben wir einfach nur Glück? Ich sehe da oben auf jeden Fall noch Symbole über ihnen, aber ich sehe noch kein Mitigation-Symbol. Crit, Attack hatten wir gerade schon, da ist ein Death, Alter, Attack, Crit, ja, sie scheinen momentan gerade keine Mitigation zu haben, dafür haben sie uns jetzt alles mögliche wieder weggenommen, sogar ein Death-Down verteilt, oh, ist ja eklig. Aber sie nehmen uns kein Brave-Burst weg bisher, von daher sind wir da ziemlich sicher. Was jetzt mal interessant ist, wobei, naja, wir haben ja das Schild, wir sehen ja nicht mal, wenn wir Elsa voll, ob wir Elsa voll bekommen oder nicht. Mich würde interessieren, ob wir mit einem Luca-Heilung Elsa komplett voll kommen. Was ich sagen wollte, Alternative 2, die ich immer gut verwenden kann, ist Ultor. Ultor hat ja den Taunt, der versorgt, dass Einzelangriffe auf ihn gehen, das hilft vor allen Dingen gegen Liko sehr, sehr gut, weil die ja mal Einzelziele angreift und sich dann hinstellen und da die Blessed Rope auf ihn drauf packen, die hat eine 30% Chance, 30% des erhaltenen Schadens zu verhindern, dass man ihn auch nicht wegnehmen kann. Du bist stark, schön, dass wir auf der gleichen Seite kämpfen. Ja, im Normalfall tun wir das. Also, den kann halt auch nicht weggenommen werden und damit hat man halt eine Chance, Sachen auch zu durchstehen mit einer 30% Chance, was sehr, sehr praktisch ist auf Ultor, da ist die Sphäre ziemlich gut. Uh, sie hat da einen Revive-Buff auf Bailey. Soweit ich weiß, ist Bailey auch diejenige, die hier am längsten durchhält. So habe ich es zumindest bei anderen mal gesehen. Und sie haben wieder Mitigation. Saron hat aber keinen. Gut. Solange wir hier noch voll kommen, werden wir auch einfach weiter mit der simplen Strategie arbeiten. und werden dann gleich mal am Ende nach dem gucken, wie viel wir voll bekommen durch Angriff auf 2 und wie viel wir durch ihre Angriffe hinterher wieder voll bekommen. Und wir critten da tatsächlich was. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Soweit ich weiß, sind die hier nämlich ziemlich crit-immun oder zumindest sehr hoch Resistenz gegen crit. Also war es wahrscheinlich nur Glück. Ich glaube, komplette crit-immunität gibt es bei keiner Einheit. Nicht mal bei Maxill am Ende, aber die Chancen zum crit gehen halt so weit runter, beziehungsweise die gegnerische crit-Resistenz so weit hoch, dass man halt doof guckt. Uh, interessant. Jetzt nehmen sie Brave-Bust mal weg. Auch mal was Neues. Und Trident ist nicht voll, wobei ich mich nicht sicher bin, ob er nicht voll geworden ist oder sie einfach nur ein bisschen was weggenommen haben. Also Bayley ist fast tot, wird sich gleich revive und Saren ist da noch. In der Meinung von anderen Möglichkeiten nutzen wir so viel, wie wir es können. SBB, um hier... Wie viel Chancen und Elsa sollten wir eigentlich schon mal auf Saren denken? Wobei, vielleicht... Ich weiß nicht, mit wie viel Bayley wiederkommt. Vielleicht hätten wir uns uns doch erst auf sie konzentrieren sollen. Auf jeden Fall kriegen wir diese Runde nicht tot. Was haben wir so noch praktisches? Das wäre mir auf jeden Fall sehr entgegengekommen, wenn wir sie weggehabt hätten. Oh, und sie nehmen uns alles weg. Das ist ein Problem, denn dann werden wir jetzt nicht weiter aufgefüllt. Ich hoffe nur, sie nehmen mir jetzt nicht auch noch Luca, die BB-Leiste weg. Dann gucke ich richtig doof. Wobei, ja, scheinbar kriegen wir aber noch BB dazu. Sie haben uns also nicht alles weggenommen. Komisch. Auf jeden Fall... Was? Elsa war nicht einsatzbereit. Interessant. Ich wünschte mir, sie hätten das hier schon in der japanischen Version gemacht, dass sie die Spark-Effekte oder dieses Litzern hier beim Brave Burst erhöht haben, sodass man dort tatsächlich wesentlich leichter erkennt, ob jemand Brave Burst oder Super Brave Burst voll hat und abhängig davon entscheiden kann, welche Richtung man jetzt eigentlich bewischen muss. das hilft einem da deutlich weiter. So, und Beelay ist jetzt wohl down und wird dann wohl wiederkommen? Nein, ist sie noch nicht... Was? Oder war das schon der Revive? Ja, es war schon der... Nein, nein, nein. Hallo, 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 hallo. Aufmerksamkeit zu mir. Ich will wissen, was hier passiert. Spiel, reagiere. Ah, das war wohl der Revive. Ja, ich sehe kein weiteres Angel Idol drüber. Okay. Also, jetzt brauchen wir auf jeden Fall Saren, äh, Elsas BB, äh, SBB. Und, ja, im Nachhinein kann ich sagen, Semira lohnt sich hier nicht wirklich. Mit der passiert ja fast nichts. Hätten zwar... Ich hätte darauf gehofft, dass man irgendwie so bei vereinzelt mal einzelne Effekte davon machen kann, dass man irgendwie mal Paralyse oder sowas passieren kann, aber da hat man ja wirklich gar keine Chance. Schade eigentlich. Hätte dir das noch ein bisschen interessanter gemacht. So, ich hoffe, sie nehmen uns jetzt nichts weg. Dann haben wir nämlich hier wenigstens wieder Brave-Bust-Auffüllung, wenn wir angegriffen werden. Haben wir aber... Doch, haben wir sehr gut. Ich dachte gerade schon. Und ein Death-Down-Effekt ist ja ekelhaft. Stimmt. Das habe ich auch gelesen und vergessen zu erwähnen. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Ein wichtiger, wichtiger Punkt, den ich jetzt einfach voll verpeilt habe, vorher mal anzusprechen. Äh, die Status-Immunitäts-Leader-Skills, sprich, das, was ich jetzt zum Beispiel von Luca aus benutze, schützt nicht vor Attack-Down und Death-Down. Sprich, wenn sie uns unsere Attack- oder Death reduzieren, haben wir dagegen keinen Schutz. Wenn man den, äh, SBB-Heilenden-Effekt hat, wie zum Beispiel, äh, Ryan, äh, ist man da auf der sicheren Seite. Der stellt sich hin und heilt das weg. Aber, quasi vorab verhindern funktioniert dagegen nicht. Sollten wir einmal angesprochen haben, weil ich hab's fast, ich hab's irgendwo auf Reddit nebenbei gelesen, aber dann auch nicht weiter drüber nachgedacht. So, macht, macht meine Leute weiter voll. Wir können das gebrauchen. Interessanterweise krieg ich Bayley hier schneller tot als, äh, Seren im Moment haben, weil wir unsere SBBs alle nicht haben. Werden auch, glaube ich, hier, das ist schlecht, wir haben nicht mitigated. War der auch nicht, es kann sein, dass dir da so ein Punkt fehlt, den man so schlecht sieht. Ich mag Kätzchen auch, aber du bist, warst dein fieses Kätzchen. Du hast den gestern auf die Map bekommen. Damit ist sie dann auch raus. Für uns bleibt noch Seren für diese Runde. Haben Luca prinzipiell gleich nochmal voll. Haben Darwin schnell voll, haben Elsa voll. Das sollte eigentlich, na gut, wir werden sie damit diese Runde nicht kaputt bekommen. Aber wir kriegen halt hier nochmal den Spark-Schaden, den Spuff. Werden den Rest, die Zone, noch nicht einsetzen, damit wir nächste Zone noch ein paar SBB haben, falls uns das weiterhilft. Uh, sie hat jetzt auch einen Revive. Interessant, interessant. Das heißt, wir dürfen uns doch noch länger mit ihr beschäftigen. Mäh. Und ja, jetzt haben wir natürlich BB-Probleme gegen Einzel, das ist ganz klar. Und da sie momentan nochmal nur auf Einzelne angreift und keinen SBB einsetzt, äh, oder keinen Massen Angriff. Hilft uns hier, dass wir die Lukas SBB-Einsatz eingesetzt haben, auch nicht wirklich. So, wir setzen jetzt mal Darwin schnell ein und bewahren uns schreitend für die Runde drauf auf. Dann kriegen wir vielleicht den SBB zusammen, das wäre ganz cool. Wegen Brave Crystal Buff, den wir halt noch gebrauchen können. Da ist sie wieder, hat aber, war jetzt sicher wesentlich schwächer, wieder erlebt, das ist in Ordnung. Das Nervige ist halt immer noch die Mitigation da oben. So, Trident, du bist für eine Runde für unsere Verteidigung zuständig. Und der Rest haut einfach drauf. Da ich nicht davon ausgehe, dass wir hier unter Zeitdruck stehen, dürften wir da keine Probleme haben. Also, ich denke nicht, dass sie eine Revive-Loop oder so etwas hat, dass sie sich wie Maxwell irgendwann wieder, wieder, wieder beleben kann, wenn man sich zu viel Zeit lässt. Wobei natürlich ein bisschen riskant ist, hier mal unsere Brave Buzz aufzubewahren, weil sie kann die ja nun mal wegnehmen. Ich könnte eigentlich einen Eingriff auf Darwin schnell noch gebrauchen, damit der voll wird, aber dass denen gefallen will sie, doch, tut sie mir sehr schön. Ich hoffe, Lukas, ja, sehr schön. So muss das. War, glaube ich, aber auch die letzte Runde, Luca, die wir hatten. Aber dafür haben wir jetzt ja wieder Mitigation und knapsen uns hier gemütlich Siren kaputt. Und wir haben nächste Runde auch wieder Mitigation, von daher geht es uns eigentlich momentan recht gut. Ja, nochmal im Nachhinein für Aldini, die es seht, ich würde Samira hier nicht empfehlen, weiter einzusetzen. Würde mir, ich habe weiter Problem von VR, kann man ja probieren, aber lohnt sich leider nicht, also würde es eher was bringen. Oh, haben wir sie schon? Ja, Ah, Darwin schon nimmt sie mit, sehr schön. Das dürfte gereicht haben. Well, ford some honor. Sehr schön. Hätte ich da irgendwas mit mehr Angriffen mitnehmen können, davon hätte ich mehr gehabt, oder irgendeinem anderen netten Buff, wie ich hätten Ardain oder Fiora mitnehmen können, um die ab und zu mal zu zünden, das hätte uns sicher geholfen. Aber gut, ich habe es halt so trotzdem auch geschafft, insgesamt 42 Minuten damit zugebracht. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht, auch wenn mich ein bisschen der Spaß dadurch gedämpft hat, nur durch meine eigene Dummheit, nämlich, dass ich halt mein erstes Team nicht voll einsetzen könnte, wie ich es wollte, weil ich da ein bisschen gepennt habe in dem, was ich gemacht habe. Das ärgert mich persönlich jetzt so ein bisschen, hat mir damit ein bisschen Spaß gehabt, aber insgesamt muss ich sagen, ein sehr geiles Trial und 60.000, sweet, da level ich ja bald wieder. Das könnte man heute noch ausnutzen, mal schauen. Also ich muss sagen, insgesamt sehr, sehr cool gemacht, gefällt mir sehr gut das Trial, kann ich auch noch weiterempfehlen, macht es, macht Spaß. Wir kriegen einen Blyton-Ziel und einen Gem. Blyton-Ziel können wir direkt mal einen Blick drauf werfen. Als Sphäre. Das heißt, wir können, weil ich sowieso Eve jetzt wieder umrüsten muss, dafür dann auch dabei vorbeischauen. Weil Eve kriegt wieder das Sinister-Ding, sie vom Halloween. Wump, ganz unten. Irgendwo. Genau, Sinister-Up. Ich schieße Scores habe ich ja momentan auf niemanden drauf, das ist auf jeden Fall wieder einbauen, das Ding ist echt gut. Das Blyton-Ziel. Attack 100% hoch, Crit, Schaden 50% hoch, dafür aber Recovery und Death um 20% reduziert. Ist so ein bisschen eine One-Turn-Kill-Sphäre. Ich denke, wir werden die auf Dauer wohl bei Maxwell anbringen. Einfach weil Maxwell ja genau für sowas gut ist. Hat dann nicht mehr so schön viel Lebenspunkt, aber ich habe zum Beispiel jetzt wieder Maxwell eingesetzt in einem reinen Licht-Squad gegen Faye und Fang und habe dann einfach oder nicht nur gegen Fang, Fang, gegen die Witch of the Abyss um sich irgendwie mehr Fays zu farmen. War Faye oder was? War Faye. Ich verwechsel die beiden immer. Ähm. Oh, haben wir es da. Leitend Ziel. Super. Einfach mit der Möglichkeit zu sagen, so ja, ähm, kein Problem. Wir haben die Möglichkeit damit, äh, Auto zu kämpfen. Ich gebe ihr hier mal statt dem Soul-Creator die Issue-Scores. Dann profitieren die Leute, die mich auf der Freundesliste haben noch davon, dass ich sie so gut ausgerüstet habe. Moahaha. Ähm. Also ich habe das halt einfach da mit Licht-Squad, mit All-Hood und so. Das haben wir in der Verwendung gefunden, die ich ja schon lange nicht mehr genutzt habe. Wo haben wir das? Ich bin hier doch irgendwo da oben. Ich hoffe, man hat jetzt die richtige ausgetauscht. Wobei, ich müsste es ja hier unten sehen. Die andere, die sie hatte, war Xatar. Hat sie immer noch sehr gut. Ähm, ja, also ich habe da halt Licht-Squad genommen und habe das damit Autobatteln können und für sowas ist Max super, eine Runde raushauen passt. Ja, so viel für Trial-Exwand von mir. Ich hoffe, ihr fand es unterhaltsam. Wünsche euch selbst viel Spaß dabei. Muss sagen, tut ein bisschen leid, dass ich mich törferlich eingestellt habe. Ich hätte ja wesentlich schneller fertig sein können, weil ich das Ganze vernünftig angegangen wäre. Aber passiert halt auch mal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine Freunde. Macht's gut.